Ja, also schon ist es natürlich ähnlich. Also ich sehe mich schon so ein bisschen jetzt in der Jägerrolle, wie gesagt, weil einfach die Saison jetzt ein bisschen anders verlaufen ist, als sie eigentlich begonnen hat. Ja, aber es ist auf alle Fälle, damals war es ganz gut so, wie es war und es wird schon ein bisschen vergleichen. Es ist auf alle Fälle schon vorbei, das Rennen. Und ja, es war eben, in der Abfahrt war es oben sehr gut, unten habe ich leider den Speed nicht ganz mitgenommen. Und dann ins Flache. Im Super-Ski war es oben auch richtig gut und ja, leider habe ich eben den Zielhang ja auch nicht toll erwischt und habe dann auch von der letzten Zwischenzeit ins Ziel noch mal eine Sekunde verloren. Das ist natürlich sehr schade, aber ja, wie du gesagt hast, ich denke, dass ich technisch ganz gut drauf bin. Ich bin eigentlich zufrieden, wie ich eben die Technik umgesetzt habe im Rennen. Ja, und im Riesensalm natürlich braucht man auch gute Technik, um vorher mitzufahren. Und ja, das versuche ich natürlich auch wieder so umzusetzen und Spaß haben.